Hallo, willkommen auf Reinholds Kanal. Die Zuschauer von Open Mind, diesem Simon, sind innerlich ausgehungert, spirituell dürstende. Sie suchen in ihrem Leben nach einer spirituellen Erfahrung, aber das bekommen sie natürlich nicht auf Open Minds Kanal. Stattdessen bekommen sie Pseudo-Spiritualität, wo ein LSD-Trip von einem Tripsitter verherrlicht wird, indem es ein schönes Gefühl, Liebe in dir und alles ist nichts genannt wird. Der Simon hatte LSD genommen, das bei ihm so reingezimmert hatte, dass er selbst selber nicht mehr wusste, ob er dabei noch existierte oder nicht, beziehungsweise ob er gerade in seinem Körper ist oder nicht. Er nannte es nach diesem LSD-Trip ein Ego-Tod. Was er damit eigentlich meint, ist die verringerte Selbstwahrnehmung, die LSD bewirkt. Man bedenke, dass es in diesem Video um den angeblichen Tod eines Zuschauers geht, wegen Überdosis Drogen. Und er nennt es Ego-Tod. Ist es aus diesem Grund weiterhin angebracht, weiterhin solche Videos zu machen? Wie viele Kinder sterben und wir hören nichts davon? Das hier von ihm ist Pseudo-Religiosität, aber keine echte spirituelle Erfahrung. Und die Leute laufen und laufen und suchen danach ihr ganzes Leben lang. Und sie werden müde davon und kommen niemals zur Ruhe. Drogenkonsumenten haben auch Angst. Sie haben auch Bad Trips, schlechte Trips. Die Drogen helfen einem gar nicht, von diesen Emotionen der Gefangenheit frei zu werden. Null, nicht im geringsten. Sie versuchen ihr inneres, leeres Fass sozusagen, das sie haben, aufzufüllen mit Erlebnissen, Abenteuern, Drogenexzessen, materiellen Dingen halt. Adrenalin ausstößen. Aber das innere Fass ist ohne Boden weiterhin und bleibt leer. Nur der Allerhöchste oben kann uns in dieser hoffnungslosen Lage persönlich im Leben helfen. Vielen Dank. Das war es fürs Erste. Tschüss.